LOL Wow, hinter euch, hinter euch, hinter euch! Hat mich ne Dezimeter getroffen, obwohl ich ne Dezimeter hatte. Was hat denn, äh, Dezimeter mit Dezimeter zu tun? Matos doch. Unlocked. Echt? Echt? Matos unlocked. Anni-Later. Anni-Later locked. Ach so. Ja, gar nicht. Das ist das gar nicht so verwunderlich auf einmal. Die noch eh alle gleich aussehen. Mh, aber sie heißt eckig und weil am liebsten aussehen. Ja, deswegen steht da immer auch Namen dabei. Weil sie eh nicht aussehen. Die haben die Hauen weg. Ach! Junge, wir gehen ja grad schon auf hier. Oh man, jetzt kommen sie aber. Oh, nö. Hatten es Deziter am Rausch. Oh man, bleibt nicht her. Aha. Ja, weil wir da direkt weg im Augen werden, wenn jemand pushen. Dez! Dez! Krass. So wie, wir waren bis schon spät. Links, hinterm Stein. Hör mal. Ahn. Leveel 3er. Ich kriege kotzen. Höher bin ich auch nicht. Wie viel, äh, directive points? Null. Jetzt kommt gleich von Susi, okay, das war wirklich mal alles. Morgen. Morgen. Hallo. Hallo. Nein. Das Pompikon ist da und ich gehe jetzt bei A, glaub ich. Ja, alles. So, pass auf Susi, dann gebe ich dir jetzt schnell mal Lieder. Nee, das Pompikon steht, sorry. Das steht nicht, das steht. Das steht nicht, das steht. Okay, okay, okay. Ähm, ja, ich gehe jetzt mal. Fahr weiter. Servus. 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 Ja, oben ist was. Pass. Ich hab auch reinge... Wieso? Bleib mich. Das gibt's doch nicht. Bommik ist weg. Bommik ist weg. Nein, Bommik ist immer noch da. Jetzt ist es weg. Bommik war schon vorher weg. Los, schmeiß mal ein Retzen, jetzt hätten die noch, äh, die 8. Aha. Aha. Alter. Alter, nichts. Das ist dann noch einfach, was da im Neuer steht. Ja. Das steht sogar ziemlich ruhig. Ich hole sie euch, ich hole sie euch alle. Ach. Oh, da ist noch auch viele, Alter. Wenn ich es nicht so mal sterbe, ziehe ich ne Max. Wow. Rock'n'Primary! Hey Leute, du fühlst ja nicht so viel Trash-Dog. Vorsicht, um der Ecke konnten wir eine Leichte stellen. Naja, die Leicht ist gerade runtergehüpft. Danke. Aber irgendwo auf dem Dach kann ich nicht mehr sein. Du hast wohl gewonnen, Kid. Das war's also? Du gehst? Ich halte mein Board. Wartet kurz. Na los. Auch ein Inji bitte. Und ist ein Medic? Ja, ich bin da, Moment. Ah, wer schmeißt mir denn ne Granate vor die Füße? Wieso? Danke. Wieso für Trash-Dog? Kommen wir. Liegen bleiben. Du musst etwas für mich tun. Das wäre ganz nett. Das war keine Bitte. Wir kriegen Lightning zu unserem Sundy. Ja. Bin dran. Kommt ne Max. Ist down. Der Typ mischt sich in meine Angelegenheiten, Kilie. Warte. Kommt wieder nicht. Auch wirst du. Hinter dir. Oder du bist nutzlos für mich. Scheiße. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin auf der Parallelstraße. Okay. Komm einfach hinter mir. Schick das Kennzeichen. Da kommt der nächste Leitniz. Bleib dran Alex. Jetzt bin ich tot. Leitniz im Sundy. Komm. Komm. Geh ihm. Töte ihn. Enttäusch mich nicht. Wer kommt noch? Er ist da. Er ist da. Zoe, ich hab ein Problem. Coburn will, dass ich einen umbringe. Wenn nicht, der Rappkartner war. Das ist los. Ich bin dran. Aber wir wurden getrennt. Bin auf der Parallelstraße. Okay. Keine Panik. Bleib dran. Schick das Kennzeichen. Ich melde mich umgehend. Wir haben ja. Wir haben ja noch. Ich bin ans Halbsten. Ja, danke. Als habt ihr wenigstens die Action, die ihr fallen haben wolltet. Ja, Sundy geht down. Daddy ist da. Ich muss hier. Ach, den gibt's auch noch. Ja, aber der ist jetzt wieder Level 10 irgendwie. Der leckt, wie dieser Sau. Der leckt, wie dieser Sau. um kompapier und der die die das ist der Dilek Alex, wir haben hier Möglichkeiten. Fang den Wursch. Ich nehme ihn in Schutzhaft. Wursch, bist du eigentlich nicht verschlecht? Auf, oder was? Ja, hab ich schon, ja. Ja, ich merke das schon. Außerdem weiß er vielleicht was über Kuba. Okay, ich folge ihm und du schickst ein paar Streifenwagen zu ihm. Hat ihn fast gehabt, aber nur fast. Ja. Ja. Nein. 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 Was für Rechte willst du denn haben? Ja, das ich hier rumfüchen kann, weil ich mein P10 äh... Ja, hättest du zugehört, hättest du zugehört, du weißt ganz genau, wie du deine Rechte hier im Dienste kriegst. Garantiert nicht von uns, das macht unser Pod. Und du weißt ganz genau, wie du die Rechte kriegst, weil ich sie erklärt hatte, wo wir dich aufgenommen haben. Alex, ich hab das ja gemacht, aber das geht irgendwie gar nicht gerade. Kannst du noch nicht gemacht haben, sonst hättest du Rechte. Nein. Hätt irgendwie alle heute schlecht gemacht. Äh, äh... Und äh... Ich bin schon hier rein. Du hast es gerade hier. Sondern hättest du ja jetzt die Rechte. Wollt ihr die Rechte? Bitte? Doch, jetzt die Rechte. Ja. Ja, ich hab's aber gemacht, wirklich. Kannst du nicht gemacht haben, sonst hättest du Rechte. Dann guck bitte nach bei deiner ID auf der Seite, ob die richtig eingetragen ist. Kannste nicht richtig eingetragen sein. Dann schau ich mir noch. Berger, könntest du bitte runterkommen und bei Megano? Ja. Äh... Unten im... Durchgang. Weit weg von mir und läufst alles weiter weg. Bin ich falsch hier, oder wo soll ich denn hin? Jetzt bist du richtig hier. Nachladen. Und jetzt ist einer von uns. Oha! Ja. Mach dich bereit, die Max links. Max... Gegen Fahrzeuge machst du mit dem Karren hier keine... Hast du keine Schnitte. Gibt es nicht. Nein. Cho screen. Nope. Endレte, wie immer. Haben dich nicht get Bueno. Sehr ruhig. Ja. Ach, sonst auch inRE Ez opened. Schon besser. Weiter geht er um die Sonnummer... Ja ist ja um... Warum das dort steht. Damit keiner in den Channel kommt wahrscheinlich. Nein. Sag die Leute sehen, dass ich einen Stream anhabe. Du hast jetzt einen dann? Natürlich. Darf ich doch nicht dort stehen? Ah. Das hat ein bisschen Sinn. Was streamst du? Oh shit. Oh na? Äh. Von Ubisoft, das ist der Crew. Schön in die Mine rein, ich könnte kotzen. Und jetzt seid ihr dran. Da geht's. Oh na ja. Oh na ja. Oh man. Oh na ja. 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 Ich bin nicht sicher. Ich bin dumm. Oh na ja. wenn du kämpfen willst musst du dich anhalten alex okay was auch da kommt das zeit zu dir ja ist leider das ich weiß nicht du musst schnell käme erreichen ich bin dran ich bin irgendwo drin ich bin irgendwo drin ob sie links 1 1 alles rein will ich da noch machen ja die mozzi kann die skype nehmen du hast nicht skype auf der anderen seite noch von der mozzi jetzt habe ich ne mozzi und ne salve gekillt oh da ist noch ne salve genau die meinte ich meiiiiin Max ist helft mir runter Oh verarschen, wo ist die denn? Ah, da ist die Weck ich wirklich dich mal, okay Ah, da war's er, dieser hat dich vermischt Mhm Siehst du die Minen? Ah ne, das ist nicht ... Hunger Panzercamp, schnell Ich bin hier User disconnected from your channel ... 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 ja wenn ich als ob es um das war ich meine es wird alle unter der Erde nur der A und B Punkt und vor allem wenn das neue Messer dann noch dazu mit rauskommt da brauchen wir ja nur zwei Stiche du brauchst mit jedem Messer nur zwei auch jetzt schon eins fürs Schild und eins fürs komplette Leben ja da ich war auf dem Testfirma und ich meinte ich meine ich hab zwei gebraucht mit dem normalen nein hast schon immer zwei gebraucht achso ok du bist fast da fahr weiter Alex normalerweise hätte der total sterben müssen das einzig geile an den neuen Messern ist dass du das Messer auch zurückziehen kannst ja das mein ich ja er zieht einmal hin und dann zurück ja aber auch nur wenn du es draußen hast er macht das nicht wenn du er macht das nicht wenn du es nicht fest in der Hand hast macht er nur wenn du es in der Hand hast beim Quickknife macht das nicht na hab ich jetzt nicht genau geguckt aber ich meine wenn du dann spion bist und unsichtbar bist äh wenn du unsichtbar bist kannst du auch die Waffe ja wechseln ja das bringt ja aber nichts das bringt ja aber nichts weil das ein Sound macht wenn du mal liest ganzen Geräusche sind alle noch nicht drinnen in dem Spiel das Messer macht später ein Geräusch wenn du es rausnimmst ja danke ja aber ich meine so eine Massen-Schlag denn kann schon kritisch werden dafür das Geräusch dann wenn es rauskommt ja dann hast du dein Spiel nicht richtig eingestellt mal mal gucken man kann das man kann das alles mittlerweile richtig geil einstellen ja muss ich mal gucken also ich finde das was wir machen klar finde ich irgendwie auch aber also wenn du es nicht von hier aber wenn jemand dran schneidet ja das muss ich doch nicht zweimal auf den Eil stecken dann schneide ich die Kehle durch und nimmt er hin ja du kannst aber in Plannerzeit die Kehle nicht durchschneiden so und schwuppdiwupp geht's nicht ja gut aber dann sagt man halt ja gut wenn du von hinten triffst mit Messern das kann man bestimmt wie einstecken wenn du von hinten triffst dann ist es mit Eil weg und von vorne brauchst du halt sollen wir sollen wir die Messer noch kindlicher machen sollen wir vielleicht gleich noch dafür dafür sorgen wenn du ein Messer in der Hand hast dass der vor dir automatisch umfällt also ähm Splendetzeit soll ja gar nicht realistisch sein ja ihr wollt immer Realismus wollt immer Realismus haben ja wenn du das realistisch haben willst dann können die die Snipergewehre auch direkt ohne ballistische Flugleiter machen also beziehungsweise mit einem Geringer werden ja das ist halt ein anderes System das ist ja dem ihr ähm Zeug halt Oh echt ich sag euch mal ganz einfach also wer sagt dass die Messer nicht stark genug sind sorry also ähm ich sag mal ganz ehrlich es reicht jetzt langsam mit den mit den Kindergarten Messern und dem ganzen Zeug ganz ehrlich weil ähm ich brauch kein Messer wo ich einmal zu stecke das ist einfach total langweilig ein bisschen Herausforderung sollte schon noch dabei sein ist äh einer von euch schonmal mit einem Joystick geflogen ja aber der Support ist nicht so der Support ist noch nicht so pralle Blendezeit leider ja ich wollt's jetzt mal ausprobieren ja mach ruhig ähm wir haben ja jetzt vor kurzem wieder wir haben ja jetzt vor kurzem wieder was eingebaut also wieder ähm aktiviert also von daher ja es ist eigentlich wieder einigermaßen gehen aber es ist halt nicht perfekt muss man halt kassler sagen ich hab noch dieses Logitech extrem 3D 3D Pro rumliegen damit können wir mal ausprobieren warum hast du riskiert nicht zu retten später nichts wie weg festhalten die Hänge ich ab du aber es ist nicht für die nur wo es ist nicht zu retten wo es ist nicht zu retten wo es ist nicht zu retten wo warum warum solltest du das tun du warst dein Moment bitte komm gleich aber dann bitte einige erinnern sich mit es ist nicht zu retten und das automatische geschütz auf dem test server hat das von euch schon auch jemand ausprobiert weil im VR trägen kann man es ja nicht ausprobieren ja gestern gestern nacht ausprobiert kurz ist aber nicht sehr ist aber nicht sehr effektiv weil mit 12 Schuss kaputt machbar das Ding hast du ruckzuck runter geschossen als Heavy na ich meine das ja auch nur als Supporter oder ich meine es ist gut wenn wirklich jemand nicht auf die Ecke guckt und du hast es in der Ecke stehen das ist schon ganz gut aber ich finde es gut dass sie nicht so stark sind stimmt ja das ist kein Problem weil sonst würde jeder noch als öffentliche Spielen die Geschütze aufstellen wer so viel aufhalten würde wie hier ein Mana geschützt oder wie damals äh Infansrieeabwehr geschützt ein V2 den keiner kennt löst Eriks Finanzprobleme und macht sich dann auf den Süden zu zähmen alter Schwede das nenne ich mal Eigeninitiative Schiff kennen wir uns noch nicht ach und jetzt für die Befugung kann man ja auch nicht wie viel drauf machen sagen wir ich genehmige dein V4 aber das hat seinen Preis die Five Tants in Vegas hatten jede Menge Probleme regle das und du hast meine Aufmerksamkeit echt jetzt über Las Vegas ja ab nach Las Vegas ich würde mich verarschen es ist ein Fehler beim vervollständigen deine Anfrage aufgetreten bitte versuch es noch einmal und hacktest du halt einfach nochmal ja hab ich jetzt auch und wieder das gleiche hm cool das war grad der Schlechteste Mal die Film den ich gesehen habe ach geil was ist ein Lappen ich bin jetzt auch ich was ist das ist das ist das ist das ist das ist der Ja, ich sehe es, ich habe einen Fortschritt. Ja, okay. Nein, ich bin. Ja, okay. Ja, ich bin. Hörst du dich? Da brauch ich Matthäus. Hörst du eigentlich, ne? Was ist da? Warte! Du konntest doch nicht einsteigen, wenn man... Also an welchem Punkt ist gar nichts mehr? Oh doch, da kommt die Sambra! Ähm, meint... Oh, mich hat gerade einer mit der Benji durch das... durch dieses Spawn-Shield... Ich... ich war hinter dem Shit... Ja, Splash-Damage, Bug wieder ausgenutzt, das gab's schon mit der Libby... ...weil deine Schild nicht massisch, Bobo, haben die reingeballert... Kannst du also theoretisch auf mich proben? Äh, nein... Wo? Ich weiß, dass es nicht mehr gibt... Geht nicht mehr... Die neuen Shit... Ja, ne... Nein, kann er nicht, weil das war Splash-Damage... Splash-Damage geht immer noch durch die Schilder... Hat nichts mit dem Bug zu tun... Aber nicht so weit, ich war in der Mitte von dem Turm... Als ich geschoben bin... Wie gesagt, da kommt... Ja, da kommt aber Leck und alles noch mit dazu... Der hat da bestimmt nicht... Der hat da nicht reingeballert... Bei Fadi, wenn du in der Mitte vom Turm standst... Weil, so weit rein kann er gar nicht schießen... Ja, aber da hat er mich getötet... Auch nicht mit... Auch nicht mit Splash... Ja, das war halt Leck einfach... Wir waren da Splash bei ihr... Ah, jetzt ist hier krasse... NC-Oberpump... Und jetzt... Bei mir steht super... Äh, ja, 50-50 einzubauen... Außer bei... Waven Landing... K-O-K-Attack... Wiking-O-K... Die Scheiße, die Benji... Leichter Einheit nähert sich uns... Von rechts... Felser... 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 NC-4 sitzt... Down... 이었 fuels... Felser... Why are you waiting to do that? Hey, I have to scream... Still... cuando I have to die left... They have crazy Sentence. Hey, he 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 he... dubbed... User entered your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Hm. Ich lass es langsam. Ich muss es haben können, J2 oder 3. So, ich bin mal kurz einen Moment auf, gerade eine Minute ungefähr. Okay. So, ich bin mal прям gemmed an? Okay. Und ist ein bisschen Howl. Du bist guer weil Erker, ich bin allśnie Asian, Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. Ich habe dir mein Lied. Max. Max, meine Pause. Gut. Hallo. So, ich muss dann jetzt auch erst mal off. Mach's gut, Zweiger. Yo, bis denn, Nerv. Bis dann, Nerv. Bis der ganze Rest. Yo, bis denn. Was geht, Nerv Sky 3. Da ist noch nicht genug. So kommt dieser scheiß Geiz und genau in dem Moment, wenn man gerade Nerv. Anzustrahlen. Mein Abstaubradar. Das nicht? Na ja, unserem nächsten Weaver runterhüllen. Der Kunt, der soll das病. Der Kunt. Die Hände sind sicher. Die Hände sind sicherlich. Das ist die einzige Gelegenheit. Ich kenne dich doch überhaupt nicht. Dann kreuz auf und wir können uns vorstellen. User disconnected from your channel. Ich bin auch erst mal raus. Ciao. Ja, ciao. Ja. Wo seid ihr denn gerade? Na ja, alle irgendwie verstreut, ja. Wirklich? Ja, du alit. User in your channel time down. Das war's für heute. 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 Was muss man hier für eine Mitfahrgelegenheit tun? Wie soll ich mich ausdrücken? Wer zur Hölle bist du? Ich bin Roxanne. Ein digitaler Engel auf der Suche nach einem tapferen Ritter. Süß, aber kein Stück schlauer. Entspann dich. Wer ich bin, ist nicht so wichtig. Nur was ich für dich tun kann. Also fahr schon los. Erzähl von deiner Schwester. Sie heißt Daria. Sie war schon immer ziemlich wild. Nun ist sie bei den Five Tens und von der Bildfläche verschwunden. Ich hab mal untersprochen, sie zu finden. Du bist so eine Art Gespenst, oder? Du hast mich mit irgendeinem Hacker-Fug für sie. Nein, ich bin nur ein Nord, der versucht, seine Schwester mit allen Mitteln aufzuspüren. Die Berichte der Polizei zu hacken. Held fit. Und warum sollte ich die Frage? Weil, Alex, Taylor, wenn ich dir, Zoe, Harry und Elita Ärger mache, dann hättet ihr ihn schon. Das Ganze hier funktioniert nur mit einem Hacker. User disconnected from your channel. Wow, dieser Ort ist... anders. Nimm Platz. Ich muss dich mit einem Haufen Infos füttern. Die Mountain States sind nicht zu kaufen. Als die Five Tens national wurden, haben die Cops einen Anstieg des Sportwagenhandels festgestellt. Jeder kontrollierte Wagen hat irgendwas geschmuggelt. Das beschlagnahmte Geld stecken die Cops in bessere Ausrüstung. Sie sind unbestechlich und werden immer stärker. Das tötet die Five Tens. Jeder Dollar, den die Bande macht, kommt hier durch. Autos gehen nach Süden, schmuggelgut nach Norden. Das Straßennetz ist wie die Kehle der Five Tens und die Cops schnüren es zu. Schiff kriegt das nicht in den Griff. Aber wir schon. Kommt eine Straßensperre, umfahre ich sie auf meiner eigenen Route. Die Cops sperren die Straße. Wir benutzen sie einfach nicht. Bekommen wir das Geld, das durch die Mountain States fließt, mach dich Schiff zum V6 in seinem inneren Kreis. Und da wollen wir hin. Wie geht's gerade bei uns? Wie geht's gerade? Wie geht's gerade bei uns? Wie dying ist die Fürs? Das war's für heute. Das war's für heute. Was war das denn gerade? Hat wohl irgendjemand ein Telefon? Ja, du hast Anti-Air oder Ground? Jetzt so, oder? Gerade eben, ja. Ich hab ganz normal plus Mustang drauf, nicht noch. Und die Rocket Pods? Okay. Einfach nur Mustang und noch. Ach so. Ach so, die Döö. Ja, so stört sie schon mal ab. Ich habe meineκ道 quiarbeit. Und das ist total nice. Und das ist deutlich, da bist du klar. Ja, das ist ein Ein정. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020